Guten Morgen, wir sind's. So, um halb elf haben wir uns jetzt Seelachsfilet gemacht mit Kartoffeln und ja, und ein kleines Salat noch dazu. Die Mimi hat es jetzt da liegen lassen, weil sie kamerascheu ist, aber hat vorhin schon fleißig gegessen. Ihr könnt das hier nicht nur vielleicht unsere Frauen machen. So, wenn's die Möge? Und ich weiß es nicht, wenn wir uns nicht gehen lassen, mehr sie haben. So, Entschuldigung, wenn wir uns nicht mehr machen, sind wir uns nicht mehr? Aber wir müssen uns nicht mehr machen.